Die Raumfahrt-News im Überblick. Die ESA gibt Studie in Auftrag über wiederverwendbare Schwerlastraketen. Tschechien tritt den Artemis-Akkords der NASA bei. Hauptauftragnehmer der europäischen Satelliten-Internet-Konstellation stehen wahrscheinlich so gut wie fest. Nach Starship-Start Klage gegen amerikanische Flugaufsichtsbehörde. SpaceX verliert keine Zeit und bereitet den nächsten Start vor. Und Elon Musk erläutert im Detail den ersten Testflug und die Zukunft des Starship-Programms. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag, den 1. Mai, hat SpaceX die erste Falcon Heavy gestartet, deren drei Booster nicht wiederverwendet wurden. Dafür hat man die Nutzersverkleidung trotz der hohen Wiedereintrittsgeschwindigkeit wiedergeborgen und spektakuläre Bilder des Plasma-Ritts durch die Atmosphäre veröffentlicht. Gestartet wurde mit Viasat 3, bei diesem Start übrigens ein Telekommunikations-Satellit für eine geostationäre Umlaufbahn. Mittlerweile hat Viasat auch bekannt gegeben, dass man den eigentlich gebuchten Ariane 6-Flug für einen baugleichen Satelliten nicht nutzen werde und stattdessen auf einen anderen Anbieter setzen werde. Am Donnerstag, den 4. Mai, hat SpaceX dann von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Ob der Start einer großen silbernen Rakete in Südtexas die ESA aufgeschreckt hat, kann ich euch nicht sagen, aber sie hat eine Studie mit dem Namen Protein in Auftrag gegeben, die ein Konzept für künftige Trägerraketen der Europäischen Weltraumorganisation erarbeiten soll. Es soll dabei explizit um wiederverwendbare und kostengünstige europäische Schwerlasttransporte gehen. Im Rahmen dieser Studie werde die Machbarkeit bewertet und die Schlüsseltechnologien ermittelt, die für die Entwicklung eines europäischen Schwerlastträgers erforderlich sind. Eckpunkte sind eine Trägerrakete mit hoher Kapazität, die den Zugang zur erdnahen Umlaufbahn und darüber hinaus zu niedrigen Kosten und mit hoher Kadenz ermöglichen kann. Und wer soll die Studie durchführen? Der Name Ariane Grub ist da vielleicht weniger überraschend, aber der zweite Name Rocket Factory Augsburg dann schon. Die Studie soll im September diesen Jahres abgeschlossen sein, also noch pünktlich zu dem von ESA-Chef Josef Aschbacher für Ende diesen Jahres angekündigten Space Summit, bei dem ja auch möglicherweise für Crew ein geeignetes Vehikel beschlossen werden könnte. Früher als die nächste Generation von europäischen Trägern soll die europäische Satellitenkonstellation Iris Quadrat kommen. Die Firmen, die Iris Quadrat hauptverantwortlich aufbauen sollen, stehen sehr wahrscheinlich jetzt fest. Iris Quadrat steht für Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Wofür die Konstellation genau verwendet werden soll, ist mir auch nach einem Jahr noch nicht so ganz klar. Und verzeiht mir hier meine Meinung, ich glaube, das ist politisch auch so gewollt. Ein Brancheninsider hat mir gesagt, dass das Ganze auch deshalb sicherheitsrelevant aufgezogen wurde, damit die Industrie der Politik das Lastenheft schreiben kann. Da Iris Quadrat ein Lieblingsprojekt der französischen Politik ist, verwundet es wohl kaum, dass französische Firmen Airbus Defence and Space, Eudelsat und Thales Alanya das Konsortium leiten. Unterstützt werden sollen sie aber durch deutsche Firmen wie die Telekom und die OAB. Franz Hecht, einer der größten Befürworter von Iris Quadrat, der europäische Binnenmarktpräsident Pierre Breton, war bis 2005 CEO der damaligen französischen Telekom, heute Orange, die auch dem Konsortium angehört. Zwar war, soweit ich das bisher überblicke, keine New Space Firma in dem Konsortium, aber es gibt eine Klausel, dass bei Aufträgen über 10 Millionen Euro 30 Prozent an Startups und Mittelständler vergeben werden müssen. Die Konstellation soll 6 Milliarden Euro kosten und ähnlich wie Galileo und Copernicus maßgeblich von der Europäischen Kommission und mit Geld aus dem ESA-Haushalt finanziert werden. Wobei erwartet wird, dass sich die Industrie auch an den Kosten beteiligt. Um das in Relation zu setzen, das gesamte Jahresbudget der ESA beträgt gerade einmal 6 Milliarden Euro. Die Konstellation soll über unterschiedliche orbitale Ebenen kommunizieren und 2027 einsatzbereit sein. Mit welchen Raketen sie starten soll, gibt die Pressemitteilung nicht an. Denn die Copernicus-Satelliten fliegen ja jetzt schon mit SpaceX und auch bei den Galileo-Satelliten wird für die kommenden Wochen eine Entscheidung erwartet, wie die zeitkritisch zu startenden Satelliten in den Orbit kommen sollen. Nicht mit SpaceX, sondern mit einer Ariane 5. Am 13. Dezember letzten Jahres gestartet ist der Wetterbeobachtungs-Satellit MTGI, dessen Rohbau ich bei der OAB in Bremen bewundern durfte. Die diese Woche veröffentlichte Animation zeigt die Wetterentwicklung über Europa und Afrika in ganz neuer Qualität und mit höherer Beobachtungsrate. Das soll neben dem Verbessern der allgemeinen Wettervorhersage insbesondere die Voraussage von Extremwetterereignissen optimieren. Die eisdurchdringende Radarantenne der europäischen JUICE-Sonde konnte noch nicht wie geplant ausgefahren werden. In der ersten Woche ihrer Inbetriebnahme trat ein Problem mit der 16 Meter langen RIME-Antenne auf. Das RIME-Instrument ist ein eisdurchdringendes Radar, mit dem die Oberflächen- und Untergrundstruktur von Jupiter-Eismond bis zu einer Tiefe von 9 Kilometern untersucht werden könnte und stellt damit eines der Hauptinstrumente von JUICE dar. RIME, das steht übrigens für Radar for Icy Moons Exploration. Der Bodenmannschaft steht eine Reihe an Mitteln zur Verfügung, um das Ausfahren der Antenne dennoch zu ermöglichen. Es ist eines von zehn Instrumenten an Bord der ESA-Sonde JUICE. Laut ESA verlief die Inbetriebnahme aber sonst reibungslos. Wir drücken ganz, ganz doll die Daumen, dass das mit dem Ausfahren noch klappt. Die Tschechische Republik ist am 3. Mai offiziell den Artemis-Akkords der NASA beigetreten. Zwar gab man keine konkreten Pläne zur Zusammenarbeit in der Mondmission Artemis bekannt, aber Tschechien hofft, dass das Abkommen eine engere Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und der NASA und anderen Partnern ermöglichen wird. Tschechien ist das 24. Land, das den Artemis-Akkords beitritt. Deutschland ist ja den Artemis-Akkords bisher noch nicht beigetreten, was als eines der Haupthindernisse für den Einsatz eines deutschen Astronauten im Artemis-Programm gilt. Kritiker der Artemis-Akkords werfen der amerikanischen Politik vor, die wolle mit den Artemis-Akkords die Spielregeln für das Handeln im Weltraum festlegen. Die Spielregeln, nach denen sich in den USA Raketenstaaten richten müssen, überwacht die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA. Wie SpaceNews.com berichtet, sieht sich die FAA nach dem Start des SpaceX-Starships jetzt mit einer Klage von Umweltverbänden konfrontiert. Mehrere Umweltgruppen haben am 1. Mai eine Klage gegen die Federal Aviation Administration eingereicht. Laut dieser Klage hat die FAA die Auswirkung der Starts und der möglichen Fehlschläge von Starship Super Heavy auf die Umwelt nicht vollständig bewertet. Weiter werfen diese Gruppen der Behörde vor, sie habe die Umweltprüfung für Starship-Starts von Boca Chica nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Interessant, diese Klage richtet sich aber nicht gegen SpaceX. Heute hat SpaceX über 13.000 Beschäftigte und einen Milliardenumsatz. Angefangen hat SpaceX 2002 ja als Start-up mit gerade mal einer Handvoll Mitarbeiter um Elon Musk. Wo wir beim Thema Start-up sind. Ganz interessant, was Andrew Jones von SpaceNews.com berichtet. China's Academy of Aerospace Liquid Propulsion Technology wird drei Typen seiner Triebwerke chinesischen Start-ups zur Verfügung stellen, um die Entwicklung des kommerziellen Raumfahrtsektors in China zu beschleunigen. Neben dem offenen Gasgenerator Carolox YF-102, das 3D-Drucktechniken verwendet, auch ein wiederverwendbares Methan-Flüssigsauerstoff-Triebwerk YF-209. Ich hoffe, die europäischen Raketen-Start-ups bringen ähnlich wie SpaceX neuen Wind in die europäische Oldspace-Raumfahrt. Klar bin ich bei den deutschen Start-ups da auch ein bisschen parteiisch. Das deutsche Raketen-Start-up High Impulse hat den letzten Test vor dem Suborbitalflug ihrer Hybrid-Rakete SR1 erfolgreich absolviert. Hybrid-Raketen und gerade verflüssigende Treibstoffe wie High Impulse sie nutzt. Super spannendes Thema. Das Video von meinem Besuch bei High Impulse, das verlinke ich euch unter dem Video. Bis zu meinem Video über das deutsche Raketen-Start-up Isar Aerospace müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wer es gar nicht abwarten kann, die Schutzengel haben wie immer vorab und ohne Werbung schon Zugriff auf das Material von meinem Besuch bei Isar Aerospace. Hier geht wieder ein großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonetär unterstützen. Raumfahrt ist im deutschen Sprachraum ein absolutes Nischenthema und daher macht ihr erst diesen Kanal möglich. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter-Patreon. Kommen wir zu den Starship-News. Die besten Informationen gab es am 30. April auf einem Twitter-Space. Hier hielt Elon Musk eine Art Pressekonferenz ab und über fast eine Stunde erklärte er den Start aus SpaceX-Sicht und stellte sich den Fragen von Everyday Astronaut Tim Dodd und anderen. Ich habe das ganze Gespräch für euch transkribiert und in zwei Themenblöcke aufgeteilt und daraus jeweils ein Video gemacht. Die Videos, die verlinke ich euch in der Beschreibung. Das erste Video befasst sich mit den Informationen zum Startablauf. Grob zusammengefasst, was beim Start passiert ist. Die Rakete ist nur mit 30 Triebwerken losgeflogen, da die Flugsteuerung beim Hochlaufen drei Triebwerke vorzeitig abgestellt hatte. Das war laut Elon Musk aber nicht dem Geröllsturm geschuldet. Während des Starts grub die Rakete offensichtlich ein Loch in den Betonuntergrund, genauer ist es Zement vom Typ Fondack. Elon Musk konnte keine endgültige Angabe zur Ursache des Betonversagens machen, vermutete aber, dass eine Verdichtung des Untergrunds unter dem Beton dazu geführt haben könnte, dass dann die Betondecke eben auf Biegung belastet wurde und dann riss. Die Rakete wurde während des Fluges zusätzlich durch einige Explosionen beschädigt und verlor schließlich während des Fluges dann die Kontrolle, was dann vermutlich einer Feuerausbreitung in der Struktur geschuldet war. Und dieses Feuer hat dann entweder die Flugsteuerung und oder die Schubvektorsteuerung lahmgelegt. Die Drehbewegung im Livestream war also nicht der Beginn der Stufentrennung, sondern schon der Kontrollverlust der Rakete. Die automatische Selbstzerstörung der Rakete zündete, aber es kam ungeplant zu einer Zeitverzögerung. Das müsste unbedingt vor einem nächsten Start verbessert werden, was laut Elon Musk vermutlich am meisten Zeit kosten dürfte. Der Test hätte laut Elon Musk aber gezeigt, dass das Starship-Konzept grundsätzlich in der Lage wäre, eine Orbitalrakete zu bauen. In meinem zweiten Video gehe ich darauf ein, was Elon Musk zum nächsten Start und der Zukunft des Starship-Programms gesagt hat. Die Schäden an der Startinfrastruktur, die würden schlimmer aussehen, als sie tatsächlich sind und man werde das meiste jetzt ausbessern können. Als ich die News aufgenommen habe, konnte man auch schon Bilder sehen, die die Stahlarmierung des Starttisch zeigen, die bereits ersetzt wurde. Um das Problem mit dem Geröll zu lösen, Elon beschreibt da ein Mega-Stahl-Sandwich, das von Wasser durchströmt wird. Die Oberseite soll dann mit Löchern perforiert sein und so mit einer Kombination aus regenerativer Kühlung und Verdunstungskühlung arbeiten. Die Tankfarm hat ja auch einen abbekommen. Mehrere der Tanks in der Tankfarm werde man ersetzen. Von den vertikalen Tanks habe man sich sowieso trennen wollen. Für die Zukunft setze man bei SpaceX auf die liegenden Tanks. Die eine evakuierte Hülle haben zur Isolierung. Laut Elon Musk werde man in ein paar Monaten erneut starten. Am Flugprofil werde SpaceX laut Elon aber nichts ändern, sondern im Prinzip das gleiche noch einmal versuchen. Nur mit besserer Hardware. Er hoffe weiter, sie könnten noch vier Flüge mit dem Starship in diesem Jahr probieren. Vielleicht sogar fünf. Gehe weiter davon aus, dass sie in den nächsten zwölf Monaten mit dem Starship wahrscheinlich einen Orbit erreichen werden. Auf die Frage, ob sich der Stand des Starship-Programms negativ auf die Rückkehr der NASA zum Mond mit Artemis 3 auswirken kann, sagte Elon Musk unmissverständlich. Nein, das HLS-Starship für die NASA wird definitiv nicht der limitierende Faktor für die Artemis 3-Mondlandung werden. Dann hoffen wir mal, dass Elon Musk da richtig liegt. Hier geht wieder ein fettes Dankeschön an NASA Spaceflight dafür, dass ich ihr Material nutzen darf. Damit ist Senkrechtstarter übrigens nur einer von einer Handvoll Kanälen, die das dürfen. Besonderer Dank geht da an Adrian aus dem NASA Spaceflight Team, der da für Senkrechtstarter ein gutes Wort eingelegt hat. Hashtag Team Space. Ich habe die Woche lange mit Adrian telefoniert und über seine Erfahrungen aus Boca Chica gesprochen. Und er hat natürlich eine Menge zu erzählen und seine Einschätzungen sind ja immer extrem wissenswert. Daher machen wir auch nächste Woche einen Livestream, damit auch ihr eure Fragen an Adrian richten könnt. Wann der genau stattfinden wird, das müssen wir noch schauen. Näher dran als dann der nächste Start des Starships sind die Starts der kommenden Woche. Am frühen Montagmorgen, den 8. Mai, startet Rocket Lab zwei Hurricane-Beobachtungsathleten für die NASA. Am Mittwoch, den 10. Mai, wird in China eine lange Marsch 7 mit einem Frachtversorgungsflug zur chinesischen Raumstation gestartet. Am Mittwochabend dann ein Starlink-Start von SpaceX von Vandenberg aus. Am Freitag, den 12. Mai, dann ein weiterer Starlink-Start, diesmal von Cape Canaveral aus. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Dann Like nicht vergessen. Und wenn du neu hier bist und weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, dann gerne hier abonnieren. Ja, und hier findest du ein Video, das dich interessieren könnte. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.